tippakarasana ist die grätsche auf dem rücken lege dich auf den rücken hebe die beine hoch und gib die beine zur seite so weit wie du kannst und gib auch die arme zur seite in tippakarasana in der klassischen stellung hast jetzt nicht die hände an den füßen sondern gibt es einfach die beine 90 grad zum rumpf und lässt die beine so locker hinunterhängen und du gibst auch die arme 90 grad du öffnest dich so ganz nach oben zur kraft des himmels